Als Technologiepartner unserer Kunden arbeiten wir auf verschiedenen Feldern. Wir arbeiten an der Optimierung des klassischen Verbrennungsmotors, das heißt wir reduzieren dort die Verluste, wir optimieren den Verbrauch mit Thermomanagement, mit Zylinderabschaltung, mit Elektrifizierung, 48 Volt zum Beispiel, das sind die Aktivitäten am klassischen Verbrenner. Darüber hinaus arbeiten wir an Hybridantrieben, jeder Art, P1, P2, P3, P4, verschiedenste Systeme, aber natürlich arbeiten wir auch an Lösungen für das Elektrofahrzeug, elektrische Achsen, elektrische Antriebe bis hin zu Radnabenantrieben.